Die gestrigen Abend haben wir mit einem schönen Zwei-Phasen-Springen beendet. Und gerade zum Ende hin wurde das nochmal mächtig schnell. Und sie, sie hat das zum Ende hin noch einmal mächtig schnell gemacht, nämlich die Italienerin Martinengo Marchetti. Julia Martinengo Marchetti von Rahmanshof, bringend den Cellist, gezogen über Celestial, Julio Mariner. Tja, das ist eigentlich auch so ein bisschen fast so eine Anpaarungsinformation, die fast auch vom Celestial-Experten Heiko Schmidt hätte kommen können. Und er sagt, Mensch, Celestial, am besten funktioniert er tatsächlich auch mit rahmigen, mit blutgeprägten Stuten. Und da haben wir ja das Blut über Julio Mariner. Auf der Mutterseite. So, gestern siegreich, heute im Stechen wieder mit dabei. Und das heißt, mit 71 Sekunden in der Zeit ohne Abwürfe. Das fünfte Part damit, welches wir gleich dann noch einmal wiedersehen werden, welches wir gleich dann noch einmal erleben dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.